schon geht es weiter das ist eine arbeit ich sag's euch so dass jetzt aber jetzt was leichter das heißt hier das lässt hier frei bis 123 passt ja das lässt hier frei bis 123 so das heißt die drei die dreier reihe und das andere lässt hier alles frei dann gehen wir einen runter und machen 1234 obwohl es jetzt genau die gleiche länge wie das da oben ist den da unten natürlich auch da kann man sagen hier 12345 und davon sind drei stück frei die drei und hier sind zwei hervorgehoben dann haben wir das gebaut bis hierhin und dann gehen wir hier in die mitte das ist die mitte ist dreier und dann die mitte von hier auch dreier ab dem vierten ist das die mitte und dann gehen die 12345 runter und hier fünf hoch dass es hier so aussieht da und dann darunter brauchen zweier reihe nach oben dann einmal nach rechts diagonal ein nach oben und das gleiche hier auch einmal nach links ein diagonal nach oben das ist der frei und der ist frei der frei und der frei so das geht rucki zucki geht das jetzt dann haben wir das gemacht dann gehen wir wenn wir hier angefangen haben ist hier dann gehen wir jetzt noch vier steine 1234 nach vorne wieder zurück und dann runter 123456 man kann auch sagen vier stück zwei stück frei lassen unten zwei das macht das gleiche auf der seite auch das heißt hier aber dann machen wir es noch ein bisschen anders das heißt hier hat das ja aufgehört und dann machen wir 1234 dann gehen wir zurück gehen runter dann machen 123456 so dann habt ihr die reihe hier sechs dann runter vierer vierer und dann gehen wir mal nach unten machen dort ein hin und dann 123456 runter 123456 so dann brauchen wir wieder nur ein nach rechts einmal runter vierer und die mitte dann wieder ein zweier und dann haben wir das auch wieder erledigt hier das war es wieder das war jetzt mini furz popel let's play zwei minuten ja wird immer kürzer jetzt gleich müssen wir nur noch ein stritt einstein machen pitch so dann würde ich sagen baut mal und wir sehen uns gleich